Bei mir ging es immer darum, dass die Leute aus sich rauskommen und wirklich motiviert werden und dass ich es schaffe, den Menschen ein Glauben an sich zu verschaffen. Schauspieler, manchmal verlieren sie so ein bisschen den Glauben an sich, weil der Markt eben hart ist und weil man so in einer Bewerbungssituation ist, wo teilweise wenig Erfolg oder man wenig positives Feedback zurückbekommt und wo immer gesagt wird, du musst noch das machen, du musst noch das machen. Diesen Schauspielern den Glauben zu geben, dass sie wirklich reichen, dass sie genügen und dass sie die Antwort haben, das ist eigentlich meine Hauptaufgabe. Und ich zitiere immer gerne so einen englischen Castler, der mal gesagt hat, wenn Schauspieler verstehen würden, dass wenn sie in ein Casting gehen, dass sie nicht das Problem sind, sondern dass sie die Antwort auf eine Frage und die Antwort auf die Lösung von einem Problem sind, dann wären Schauspieler schon einen großen Schritt weiter.